Eine Vision aus dem Jenseits sagte mir, ein großer Krieger und Seelenwanderer wird mir auf der Suche helfen. Ein Mann, der auf der anderen Seite war und zurückkehrte. Ein anderer wäre mir lieber gewesen, aber der große Vater wird wissen, was er tut. Also gut, aber wenn wir zusammen reiten, reiten wir für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was ich suche, Kenosabbel. Stell dir vor, ein ganzer Kontinent, verbunden durch Eisenschienen. Wer auch immer das kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Eine Macht, die Kaiser und Könige wie Narren aussehen lässt. Es heißt, sie hätten Probleme mit Indianern. Ist das witzig? Sehr witzig. Man erreicht nichts, ohne Opfer zu bringen. Es muss keinen Krieg geben. Halten Sie den Zug an. Oh, niemand kann den Zug anhalten. Das wissen Sie genau. Wenn diese Männer das Gesetz vertreten, bin ich lieber ein Gesetzloser. Reitet das Eisenpferd los, ist es sehr schwer zu stoppen. El in den roadies derammatschern. Entstehen Sie dann. Der soll heute überweġ. Oh! Oh! Hilfe! Oh! produto 축e Wir haben uns verirrt, oder? Ich wusste es. Könnte schlimmer sein. Schlimmer? Wie könnte das schlimmer sein? Das ist schlimmer. Und zurückkehrt. Ein Mann, der nicht sterben kann in Schlacht. Großer Dachschaden bei Pferd.